ARD Text im Auftrag von Funk Ich bin in Gefahr Nein AAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHH Okay, das ist gut Chill 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 Next try Ich hoffe dass Ey Ey ey, lauf! Lauf! Alter, diese behinderten Fisch! Ich bin irgendwie... Du kannst auch gerne mal was machen Lass mich leben, ich will leben. Oh, I'm stuck here. Nein! Okay, noch ein Versuch. Da hinten sind einige, wir müssen leise sein. Ich geh ein bisschen vorsichtiger vor, ne? Ja, scheiß drauf. Ali, lauf, lauf! Get them! Hands down! Alter, wie viele sind denn hier? Geh einfach auf! Komm mal, halt. Halt jetzt hier auf! Und! Let's check! Das war einfacher als gedacht. Ja, genau. Das ist so einfach. Wir sollten nichts riskieren. Wie kommen wir rein? Gehen wir in die Schule rein, auch wenn ich ein schlechtes Gefühl habe. Wenn das erst die Vorhut war, dann... Da liegt eine Leiter auf dem Bus. Hilf mir da hoch, dann hol ich sie. Okay. Bin immer noch ein bisschen müde, sorry. Go, Ali, go, 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 Ali, go. Sind jetzt hier solche Schwelliger. Kleine Klette. Unter bitte Leiter. Sei vorsichtig da. Danke, Bill. Bitte. Ne, ich bin gar nicht Bill. Okay. Ist okay. Ich weiß nicht, was sie so stark gegen Bill hat. Wir müssen nur zur Motorhaube kommen. Jetzt kommt ein bisschen wieder so ein dummer Spruch von hier. Ne, doch nicht. Nein. Ich bin enttäuscht. Sau enttäuscht. Schnell jetzt, Kleine. Finn. Wir gehen schnell rein. Wir holen uns die Batterie. Und wir machen, dass wir hier wegkommen. Oh Mist. Wir drücken gegen den Zaun hier drüben. Er wird rein. Hier, hier rein rein. Verdammt verschlossen. Shit. Shit. Wir müssen da rein, um an die Batterie zu kommen. Na los Bill. Ich hab's. Durch das Fenster. Schnell. Nein. 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 Ich will doch nicht sterben. Ich will doch nicht sterben. Hilfe. 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 Es ist leer. Verdam. Bill. Wohin? Bill. Wohin? Erstmal weg hier. Hilfe. Was ist leer? ok wir sind jetzt im schulgebäude drin genau deswegen habe ich ein schlechtes geschleicht wird hinten aus scheiß Viecher Mann ich hasse die weil die sich so richtig stark bewegen meistens dann kriegt man die ach Manu diesmal ein bisschen vorsichtiger da wird mich die Klicker nicht hören dann kann ich mich vielleicht an denen vorbeischleichen das ist eine Idee was nein man hier sind auch Rana das ist nicht so geil sonst irgendeine Möglichkeit was ich machen könnte mit dem Ziegelstein weglocken ja aber dann sind die bald wieder zurück weil ich muss halt da nach hinten und ja wo will ich die dann hinlocken das ist also die Frage Versuch's einfach mal aber nicht da nach hinten sonst verspere ich mir selber den Lautstern oder wobei ich kann sie auch alle mal da hinten hinlocken und dann im Prinzip da töten irgendwie ne oder vielleicht gibt es noch eine andere Tür wo ich auch erlangen kann erstmal das ganze 2 hier nehmen aber aber hier geht es auch nicht mehr weiter ist bisschen doof eigentlich will auch die Fähigkeit von Ellie haben dass ich ganz normal die gegen laufen kann und niemand hört mich aber ich muss natürlich wieder aufpassen das ist so typisch so wir sind fast durch da hinten hat es noch mehr Klicker da drin sind noch Rana wow was ist jetzt geschehen nein 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 man ich kriege ne Riese Infizierte werden immer bemerken wenn du eh zu nah kommst ne ich weiß nicht ich brauch ne andere Taktik aber ich weiß nicht welche ich weiß nicht ob die nicht jetzt gemerkt habe hä hä wahrscheinlich weil die anderen so ultra laut sind Bill, Ellie, seid leise Alter diese Sprache will ich auch beherrschen dann beherrscht ich nämlich 5 Sprachen schwarzdeutsch normales Ton französisch eigentlich schon farbisch ne französisch kann ich nicht wirklich gut aber ich könnte mich damit verständigen es würde dazu reichen eigentlich ich denke ich kann ich mittlerweile relativ gut vom Wortschafts her vom äh Gebrauch Aussprache ist so eine andere Sache und dann gibt es natürlich noch sehr viele Schlüsselwörter die ich nicht kenne das gute am Boden ist halt einfach dass es sau leise ist und dem entsprich kann ich auch die Klicker töten aber ich hab sau wenig feil das ist halt so ne kleine Sache ich bin vielleicht mit nem Ziegelstein erstmal weil jetzt schon alle da sind und der Klicker geht natürlich nicht auch jetzt geht er das ist gar nicht viel das ist gar nicht viel natürlich kommen hier auch wieder welche shit fuck wir waren so nahe dran manu 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 man kommt die Krise hier bei mit der Schrotz siehts vielleicht anders aus das Problem ist ich will jetzt nicht unnötig Medizin verschwenden und die Klicker die sind halt alles so One-Hit-Viecher mach ich mir grad ein bisschen Sorge ich will mir aber noch sage ich welche herstellen stimmt die könnte ich als Falle platzieren auf der einen Seite oder ich könnte sie sogar werfen um sie gleich alle wegzuspringen um sieplayen und dann um sie aktive um sie he für der nicht ja ein gültig in schulfisch und die des die 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 Und dann das ganze explodieren lassen. Nein! Der Clicker war ein bisschen zu früh. Schade. Aber gut, jetzt ist der Clicker von hinten auch da, ne? Nice. Das könnte funktionieren. Das ist ein Runner, lol. Ich dachte, das ist ein Clicker. Durch hier. Durch hier, durch hier. Nein! Das war so gut geplant. Und dann kommt... Ich hätte an allen vorbeiren müssen. Dann einfach schnell durch. Wer funktioniert das? Vielleicht, aber ich kann nichts versprechen. Ich muss natürlich auch gerade ein bisschen die Zeit im Auge behalten. Das heißt, viele Versuche kann ich nicht mehr machen. Okay. Es funktioniert also, sie von hinten zu greifen. Da war ich mir gerade nicht sicher, ob das möglich ist bei The Last of Us, so wie bei Aston's Creed. Aber es ist möglich und das ist eine gute Feststellung. Die hilft mir auf jeden Fall weiter. So, die Stein vielleicht nicht unbedingt verschwören jetzt. Ich mache mir halt noch Sorgen wegen dem Runner auf der anderen Seite. Der könnte Probleme darstellen. Wirklich hier problemlos vorbeiziehen zu können. Äh, ja. Ist nicht so einfach halt. Weil ich mit dem Bow... Ich werde jetzt mal den Clicker hier außergewicht setzen. Dann stört der mich nicht mehr. Warten. Okay, das war ein Fall zu viel, den ich verstanden habe. Und wieder einer. Nein. Shit. Das hätte ich mir auch erfolgreicher erhofft. Aber der ist jetzt erstmal da hinten. Okay, der Runner dahin könnte gefährlich werden. Oh nein. Ach, das ist ein Clicker. Okay. Geht in Ordnung. Warum auch nicht? Oh man, ich hätte mich auf ihn achten sollen. Das wäre wichtiger gewesen. Ach. Fühlt's kacke, dass die One-Hits machen. Das ist ein bisschen schwer, aber naja. Es passt halt auch zu so einer Zombie-Apokalypse. All vorbei. So viel dazu. Okay, alles klar. Das war genau so, wie ich mir das erhofft habe. Let's try. Ich bin gerade ein bisschen verspannt noch. Habe ich ihn getroffen? Weiß gar nicht. Den zweiten habe ich jetzt auf jeden Fall getroffen. Das ist noch schwer mit dem Bogen zu... Ja, ich habe ihn. Das ist aber noch schwer mit dem Bogen zu zielen. Die Wanderstellen ist nicht mehr ganz so ein großes Problem da. Jetzt ist der Clicker nämlich weg. Wir haben noch zwei Clicker, die hinten sind. Oder einen, ich weiß es nicht. Ja klar, der ist jetzt da natürlich eingestackt. Was macht der jetzt da die ganze Zeit? Scheiße, die Aufnahme ist weg. Okay, ich beende an dieser Stelle dementsprechend die Aufnahme. Wir sehen uns nächstes Mal wieder. Haut rein, bis dahin und ciao. Wir sehen uns nächstes Mal wieder. Dann wie ich f linhacht. Bis zum nächsten Mal. Dann까 Anion. Alle Quadrieren.